Hallo Leute, ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe mein Klickziel von 247 Plays erreicht bei YouTube für den neuen Song Wahre Liebe. Spätestens bei 2000 wird der tapetefeindliche Algorithmus den Hype stoppen. Aber was soll ich machen? Ich komme aus den frühen 2000er Jahren und damals konnte man noch die Leute persönlich anschreiben und die Sachen wurden ohne Spezifizierung einfach verbreitet. Was für mich definitiv der bessere Algorithmus war. Aber, wie gesagt, Agentur kommt erstmal nicht in Frage. Das hat auch finanzielle Gründe. Also ich bin jetzt eigentlich grundlegend agenturfreundlich eingestellt. Was bedeutet Agentur? Das klären wir ein andermal. Das Video muss kurz sein. Guckt und teilt wahre Liebe. Guckt und teilt wahre Liebe. Guckt und teilt. Guckt und teilt.